Leute, was soll ich bannen? Ich muss bannen. Warum muss ich das machen? Bannen Darius, Darius. Warum muss ich das machen? Bro, es geht einfach los. What the fuck? Das ist gut voll doll, Digga. Was soll ich spielen? Welchen Champ? Masseji oder ist das warum bannen? Bist du Jungler oder Topland? Ja, ich bin Jungler. Also erstmal musst du jetzt bannen Ivan, haben wir gesagt, oder? Und Samira. Ja, Ivan kannst du rausnehmen. Samira will ich nicht rausnehmen. Samira ist einfach nicht gut, glaube ich. Warum haben die eigentlich First Pick, by the way? Das ist unbalanced. First Pick, das ist most broken. Wir haben ja heute gelernt, ich vertraue dir. Wenn du sagst, Samira brauchen wir nicht bannen, dann bannen wir Samira nicht. Gut, dann bannen wir Samira nicht. Weil es gibt safe genug Champs, die können, oder nicht? Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Okay, check. Was soll ich dann bannen? Dann, was hat denn der noch? Echo hatte der noch ein bisschen, oder? Ja. Ja, wir können Echo bannen. Mit dem Shit. So, ansonsten Tastan, pick einfach einen Champion, der gut ist mit Ghost Heal. Die sind alle Grandmasters. Digga, ist das wirklich schlimm. Aber glaub mir. Jetzt First Pick, die Jorwusse, bin denn hier angekommen. Lass mich kurz überlegen. Ich muss Biggest Konversion spielen, warte. Ich glaub, das ist ein Vex-Game. Wie heißt der? Vex-Game? Vex. Ja, Vex ist sehr gut. Vex ist sehr gut gegen Jorwusse. Aber warte, nein, 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 ich pick. Ich kann ihn nicht traden, oder kann ich ihn traden später? Doch, klar kannst du traden. Dann pick. Aber ich glaub nicht, weil bei mir ist der Button nicht da. Ja, der kommt ja erst am Ende. Du kannst halt nicht die Positions swapen, du kannst da. Ist ja wie ein Tournament Realm. Ach so, das ist die Tournament Realm. Ach so, das ist nicht die normale Solo-Cube. Also, wir haben jetzt Master Yi, ähm, Line gepickt. Ja, genau, richtig. Ich würde dann kurz zum Proceeden und Vex gehen. Also, ich kann auf Casio gehen, aber ich glaube, Vex ist... Ja, okay, ehrlich gesagt. Ich schau mal, was die noch so spielen. Du hast doch drei Sekunden halt, ne? Aber ja, pick Vex, pick Vex, pick Vex. Ach so, ich musste nicht für mich picken, ich hab schon wieder... Ich hätte noch gewartet, was die so zeigen, ne? Aber... Wir sollten schon jetzt an unserer Kommunikation arbeiten. Na, Mann, das ist auch hier ein Technical Issue hier. Hört mich der Coach? Ich hör dich. Der Coach ist nicht da. Also, ich bin sein Coach. Der Coach ist da. Danke, Lord Eisenlatte. Lord Eisenlatte. Crazy. Was ist, wenn ich das so mache? Was ist, wenn ich aus dem... Was, wenn ich liebe? Oh. Nein, das war der Christian Schrage gesagt. Warte, schau... Nein, schau mal bitte. Schau mal bitte im Discord. Schau mal bitte im Discord. Schau mal bitte im Discord. Was kann ich tun, um das hier hinzufixen? Ja, vielleicht kannst du nach, dem du gepickt hast. Oder soll ich einfach das hier machen? Ja, vielleicht pick erst mal, dann gucken wir mal. Was machen wir jetzt hier, Brüggi? Ich würde gerne Counterpicken. Ja, ja, aber was machen wir? Hey, du kannst deine Summoner-Smills nicht wegziehen? Das ist so dumm. Und meine Runen kann ich nicht ändern. Bisher ist Alistar für mich, glaube ich. Ich glaube, bisher sage ich Alistar hier. Ja, das geht nicht. Digga, er hat... Tristan kann seine Summoner-Spells und Runen nicht ändern. Er ist auf Ghost. Ist komplett Ghost. Was soll ich fragen? Ja, ich glaube, du solltest... Ich glaube... Jetzt maybe reconnect den Champ-Select? Wenn das lief, dann ist die Champ-Select einfach vorbei, oder nicht? Ja, da steht... If you exit the game now, you will receive a time penalty. Schau mal ab, bis du gepickt hast, ob das was ändert. Was soll ich bannen? Andere Frage. Ach, naja, ja, nee, 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 nee. Musst kurz warten, bis er Ding hat. Samira. Nee, die haben dwingend... Na mal Pike raus. Pike. Pike. Pike, du. Mein Chat sagt, wenn ich leave, dann ist die komplette Serie für uns vorbei. Also ich darf nicht leave sein, nee. Ach, nee, nee, wir hatten das schon mal, dass Leute gelieft sind wegen einem Arrow. Ja, das ist gleich was anderes, oder? Also wenn du in Champ-Select einfach nicht drinnen bist, dann wird theoretisch einfach ein Random-Champ gepickt. Ah ja, hier steht, Picks and Bands will continue and you may be assigned a Random-Champion. Das steht bei mir. Ja. For this Tournament-Match. Aber dann warte einfach, bis du einen Champ eingeloggt hast und reconnecte dann schnell. Okay, also nochmal kurz. Die wollen Save-Lulu gehen, oder? Die wollen Save-Lulu gehen. Ja, ja. Nur damit ich es nicht interne. Ich picke den Champ, dann mache ich schnell den Client zu und dann öffne ich den Client wieder, richtig? Ja, ja. Ich würde sagen, du pickst erst mal, guckst, ob das was ändert und ansonsten... Okay, genau. Aber drück mal nochmal kurz Escape. Also nicht zumachen, sondern nur das X drücken. Da stand bei dir irgendwie ein anderer Text als bei mir. Ja, bei mir steht, dass die ganze Serie damit beendet wird. Guck mal, es geht direkt weiter wie im FIFA. Aber das ist crazy. Aber das ist komisch, weil bei mir steht einfach nur, Picks and Bands will continue. Also bei mir steht ein ganz anderer Text als bei dir. Aber vielleicht, weil ich es schon gepickt habe. Das macht auch keinen Sinn, weil da steht... Er muss auch picken, Sola. Ja, aber bei mir steht zum Beispiel, you will be assigned a random champion, was ja auch keinen Sinn macht, weil ich es schon eingeloggt habe. Ja, ja. Aber dann pick erst mal und dann, ja. Wenn ich mich klären würde. Aber ich will es halt nicht hinden, weil was, wenn ich jetzt leave und dann haben wir es, aber jetzt sind wir auf das Client schauen, ist auch scheiße, oder? Nein, 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 also weil es 100% der Stil ist, es will nichts beendet. So, was, wir müssen jetzt... Okay, gut. Dann picke ich jetzt noch nachlogisch. Aber danach gehe ich schon. Wir picken safe Toplane hier. Ich muss fahren. Okay, Coach, was picken wir Toplane? Und was kannst du denn spielen? Alles. Alles. Vertraue mir, Coach. All in. Malfight? Dann Mundo, oder? Malfight Blinder. Oder Mundo? Oder Mundo? Shen. 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 Aber dann pick langsam, Brügel. Pick so langsam, wie ihr könnt. Das Bruch. Was ist mit dir jetzt? Wie geht das schon wieder los? Ich muss einfach je blind picken. Es geht einfach los, es gibt keine Bahn. Oh, Max, 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 mit dir ist es vorbei. Tristan, was deines Kammer-Spels nicht ändern? Ja, ich muss schön spielen. Die sind alle Grandmaster. Ja, der Scheiß-Spieler-Rang ist egal. Die können auch nur das, was ihr championen kann. Ich kann mich nicht mehr ein. Also jetzt im Ernst so. Machen wir Alistar und gut ist? Ja, es ist vorbei. Digga, es ist kommend du. Kommt die anderen. Check das gut, check das gut. Aber das geht, das geht, das geht, glaube ich. Er hat auch, Bruder. NRI. Stimmt, du musst noch spotten, ne? Ja, du hast noch 15 Sekunden, um reinzukommen. Es geht nicht. Du musst schwachen. Dann spickst du jetzt Shen. Nein. Ich spiel jetzt Shen mit GoSeal. Bruder, du musst mitspielen. Mach das, du, Alter. Schon mal richtige Ruhe? Vielleicht habe ich noch, vielleicht habe ich noch. 30, 35. Okay, doch. Schnell, 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 schnell. Aber guck dir mal bitte meinen Client an. Geh mal bitte auf meinen Client. Was ist das? Das ist unterm Chat, meine Ruhe. Ja, aber kannst du lachen. Ja, ich kann sie gleich mal. Du hast immer noch GoSeal, ne? Oh, fuck, Alter. Okay, warte. Ist das krass. Wo, hier sind meine Ruhen? Nein, ich kann sie nicht ändern. Immer noch nicht. Ey, Ryan! Ich bin, ich bin Stuck mit Ghosts hier. Es geht nicht. Ich bin so sauer auf Publisher am heutigen Tag. Was ist das? Aber ich darf die E-Modes wechseln. Cool. Ich darf die E-Modes wechseln, aber ich darf nicht meine Ruhen ändern. Ich bin doch nicht ernst. Priorities. Bro. Aber jetzt mal eine ganz dumme Frage. Brauchst du schon Level 30, oder? Hey, ja, ja, ja. Okay, nicht, dass du Level 3 bist. Nein, nein. Da darfst du, glaube ich, gar keinen Flash spielen, wenn du Level 3 bist. Also das darfst du, glaube ich. Na gut, guys. Also wir haben hier einen erstklassigen Draft. Wir haben hier wirklich, also das hat Worlds Niveau. Lass uns das jetzt auch in dem übersetzen, ernst nehmen. Und hier die Finger. Hey, aber für euch war der Client überall gut? Für euch hat der Client überall funktioniert? Für mich war alles normal, tatsächlich, ja. Oh, Mann. Mit Relog, by the way. Bro, er hat keine Ruhen. Doch, Ruhen hat... Nee, stimmt, du hast einfach keine... Er hat keine Ruhen! Du hast einfach gar keine Ruhen! What? Er hat keine Ruhen! Doch, 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 du hast... Du hast kommelt, du hast kommelt. Alter, die haben hier... Du hast aber auch gesehen, da waren keine Ruhen. Da war aber gar nichts. Da waren keine Ruhen. Da waren keine. Ah, go next, was ist das? Mein Midlane is trolling again. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, auf einen geilen Zock. Ja, auf einen geilen Zock. Also, wir haben jetzt gute Team-Files mit dem Mann hier. Ja. Du kannst den Artbox auch kiten. Wir spielen aber ohne Bingo. Okay, Jungs. Hier ist der Momo. Ist zu lieb, ist zu lieb, ist zu lieb. Jetzt kommen wir da an. Äh, komm, komm auch noch. Hast du wieder gut? Jetzt auf den Artbox, jetzt auf der Artbox, trust auf den Artbox. Obwohl wir nicht auch nicht haben, warum hier... ...würdigst du es fein. Ich habe es gedacht, ich habe es gedacht. Ich habe es gedacht, ich habe es gedacht. Du musst es jetzt haben, du hast es vielmehr Gold. Du hast es, okay? Bro. Ja, Geld ist vorbei. Ich habe es letztes Jahr reihenweise gefickt in den Arsch. Blöde. Warum fang ich ein Chicken an? Äh, egal. Naja, gut, das ist ja jetzt natürlich unklug. Aber egal. Gott sei Dank habe ich Komfort-Chimp. Am Show bin ich wieder online. Fuck. Ich habe ja ein Problem. Ich habe seinen Q gedodged, aber leider... Ja, hat er gut gemacht. Was? Der war... Aber der hat 1 in Vale, oder was? Ja, beim Red Buff. Aber ich bin auch dumm, dass ich Red Buff nicht angefangen habe. Äh... Bitte. Der hat ja Red in Vale. Ja. Macht ja gar keinen Sinn. Naja, ich streame ja. Hm. Na gut. Ja, die sind doch deutsche Gegner. Ja. To be fair, ich war auf seinem Ward. Ich war auf seinem Ward. Ich war auf seinem Ward. Na, die können ich jetzt halt nochmal invaden, den Polizei. Wadley kann rufen. Ja, machen sie glaube ich nicht. In der Augen. Aber ich glaube, die werden... Ja. Könnte early gang machen, soll ich? Ja, ich warte. Der Bramme kommt raus. Ich glaube, du musst dir das haben. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Anzeige Wolt auf. Als wir gesprochen haben, haben wir gerade gewartet. Ja, ja, ja. Haranoid? Das war deine Chunkfels und gerade, oder? Ja, die lassen sich hier schon ganz gut spielen. Liebe einfach wie Tristan das Schömmel Ghost Zock. Soll ich Mitte? Mitte? glaube ich habe ihn wenn du einfach rauskommst ist der tod das problem ist oh mein gott das kann nicht wahr sein ich könnte vielleicht kind zu zweit am aktoren oder ist er doch zu zweit oder aber ich bin fertig wo du musst auch was macht sich den sterben hast du noch weh alles gut gucken so einen forzen schenbleiben ja pass mal auf du wirst ja noch das geld die game wunding wird wirst du noch raushauen unterschätzt das brücke kannst du checken ob die kappe ab ist ja danke dir habe ich dann brauche es mich tut ich gehe jetzt hin und und bei dir werden als auch hier sein warum sind wir so gut ich glaube ich hochlaufen oder der art aus kommt ich hoffe dass aber da auch noch nicht gg brother ich bin in vielen weg von dir aufpassen aufpassen ich glaube ich habe gleich ja die kommunikation ist richtig ja und wir spielen auch selbstbewusst das finde ich gut krass jungs krass wirklich der strong ich gehe jetzt auch noch mal der wird wahrscheinlich die clubs oder den dragon machen sollten wir abgeben ist nicht so wichtig jetzt die ersten ich kann also die ersten werden die am besten wäre gut wenn wir eins von den beiden worden können damit wir wissen wo er ist aber nur für info ja kann ich machen okay also okay schon er hat krebs gemacht das heißt jetzt runter zum drake ich glaube er ist der nach vorne und werde dich dann würde ich haben wir einen short rate spielen lassen wir sagen hier sagt box bei mir ja kann okay ja lass mich stellen was mir stellen was ich glaube ich glaube wenn ich will ja können wir gucken alles gut wussten komischerweise dass ich da bin stark tristan habe er ist tot meint ihr macht red aber holt für tristan geil ich check den red wahrscheinlich spüre ich mir ja aber ich laufe hat er und den holt ja geil geil die vielen nice den kanal ist das krank ich habe mir sein blut am moment geflasht und sie beide das war so bg ja ja ich muss ein blut damit ist also gekriegt oder ja ich finde ich auch was nichts auf der welt kann sein dass ich wollte ich bin die beste erfolgs oder ich glaube ich habe vielleicht wie ein glück oder eigentlich so zwischenzeit gerade aber ohne holt die ein paar zu sagen ich sollte nicht da über seine roboter zu klären wenn ich den kurz aufdecken ich würde autobahn bot lane machen die rikaner die rikaner ja dann können wir direkt man geht es ja auch noch wenn ich starte ich muss dann einmal fröhlich wollen ok dann mache ich ihn direkt und die welt durchbusten oder oder keine q ja das probieren aber danach muss ich dann aber noch aber ich habe ich auch noch eine blating und dann gehe ich bis eine minute der kraft können aus der base kommen ja ich glaube ja da dürfen wir das aber eigentlich was für ein loser einfach loserschwänze ein bisschen ghosten besser und dann nicht für drake kommen ich glaube nicht dass sie ghosten ok also als sie mich eben hier gekillt haben haben sie safe geghostet davor nicht ich bin ja gut wenn ihr einmal baut ein rausfüllen könnte und dann zum können für den grubs obwohl er wird es auf jeden fall nicht verlieren ist wichtig ja da kann ich nicht mehr mehr anbieten naja ist gut aber raumult ist ja auch nicht so ist das ist das ich kann ja dann stehe du mal im zwölf und ich komme im spiel über hinten ich bin runter mit ja ja let's go kein flasher ja na gut ich habe und gehe direkt ok ja wir müssen auf jeden Fall zu haben jetzt ein bisschen gefickt ja wir sind und getoppt du gehst bei der schenocker ja aber die fullswoppen ja wir sollten für es gibt keinen nachteil dragon ist down und gab es dann ab allerdings sind genau gleich und chance denn das weg sei dann ist eigentlich gut für uns sonst gut hier ist ein momo wir haben nur minimal tempo damit wir fangen ja wohl den 40 also ich würde noch auspushen dann auf den auf den sind wir gehen auf den hier einfach schatten und karten weil ich weiß 30 gesplittert von euch leider erst tot weil ich könnte den nämlich nehmen die haben aber ich habe nicht gedacht dass die eine mann am ok kannst du blocken kann trotzdem doch ansonsten doch oder w okay alles gut nicht stimmt nicht schlimm aber das ist also ich habe keinen schaden bei den drinks nee ist alles gut aber du kannst mich danach trotzdem kam aber aus dem weg raus ich war da komplett out of position das war absolut mein welt ja das ist ein stopps schon vielleicht ein fleisch oder auch bis zu 30 zu leben aber habe ich vergessen dass er top lane gepickt hat ich probiere mal den hier vielleicht klappt ja aber muss links von uns ich probiere es trotzdem immer an den tower anlaufen ein bisschen schwach auf der brust insgesamt kann er sein soll aber wieder zurück so willst du nicht mittel chillen ja 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 ich glaube jetzt ist er torsikon kann ich den mittel haben mir ist egal wer ich komme trotzdem vertauern würde ja wir können ein bisschen hauen ich habe mich ja mein spiel gemäßt aufpassen dann sollten wir die beiden weil einer von den historien auf der murat drauf einfach drauf ist also ein bisschen zu uns aber kennen das ist ja das ich werde die ultimate nämlich fünf sekunden ich werde die nicht nämlich dann gehe ich zu herald durch geht zu herald durch wo ist atox der war botlein dann gehe ich jetzt top und da gestern gebot wenn wir jetzt im mittelfeld spieler tor spielen ja wobei jinks ist laudige max eventuell schiebe ich die rechte union ins face genau dass du gewinnst der weiß ich verstehe das macht die sache einfach für ihn ich habe leider keinen smile abmerk ich gerade ist ein bisschen alles würde ich bin da helfen dann hier aber das wird es noch da ich habe ich für einen moment genommen der mittagis los ist aus laut nicht mal der ist sehr sehr der ist sehr sehr die wir können seine holt wir können sie dann gehe ich wieder mit aber die werden den tower kriegen wahrscheinlich ich habe mir bewegt mit dem machen aber ich glaube wie sagt es oder nicht so stark wir wollen wir den herald spielen aber irgendwann mit leiden benutzen also wahrscheinlich nach in der nächsten welt mit so quasi wenn wir haben der war unteren ja ich muss jetzt eigentlich schon selbiger dass sie ja immer weiter bleiben weil ich ja egal ich habe alles ab dass noch nicht oder oder ich bin hinter ihnen okay aber meint ad hoc sollen drauf hat es auch dabei hat auch sehr strong ist ungefähr oder ist ein bayer mehr auf der drinks und erst ein paar mehr items auf unsere kaiser damit die den amm und den ad hoc handeln können und dann haben wir eine gute wincon hat das hofe egal sehr ungewohnt für mich gerade wieder jungle zu spielen aber kommt klar hab grad nix durch mit ihr runterkommt das dann oder ich gehe jetzt base sondern auch verkündet ich gebe es dann gucke ich mir da also ich glaube wir können wenn dann nur mit zusammen zusammen dieser kill wir brauchen kills auf kaiser damit sobald er ein bisschen hat kommt haben können wir dafür das geben wir brauchen auch nur kills auf kreis wenn möglich und danach aber baron ist wahrscheinlich unsere wenig konseite unbedingt jetzt mal ob der nächste wieder hast du noch zeit kannst du einmal dass ich habe noch lange zeit glaube ich blick der lehre na ja ich kann jetzt rufen ich muss mit der mitte und wir können auf der nächsten welt die jetzt kommt dann zu uns zu ich gucke jetzt auch noch eine ultimate einfach mal schauen ich kann ich sie es necken ist in der wort weißt du das hier habe ich nicht gecheckt aber hier die paris frei kannst du ja ich würde sagen heil droppen hier ist noch bad auf der welt müssen wir das jetzt sowieso machen die checken im skills also wissen wahrscheinlich dass wir waren sind wir uns noch mitte was wir müssen jetzt hier der ist der ad hoc der tv und der jone ich bin sehr fein hier ich bin immer noch sehr stark das heißt wir können immer noch verhalten wenn ich wenn ich nicht sterbe gewinnen wir die falls glaube ich wir müssen einfach lang spielen glaube ich nehme ich glaube die nehmen gerade meinen topschaden ich kann für euch ja 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 da ist das an der wird hier rein in einer sehr autos position sagt er wird es noch nehmen oder momo ich mache eine vier reihen der kann noch nicht holten kann ich holten dann würde ich jetzt auf jeden versucht also es mache ich auf der wahl geht nicht nach hast du da hast du auch zeit noch ein bisschen noch ich weiß wo die sekunden stehen du kannst ja jetzt aber benutzen ist okay aber nur mit der crash und das kann man jetzt auch wenn sie alleine ist verschickt die an oder das nicht machen wir haben halt keine tp ist es jetzt irgendwie schaffen dass die einfach nur für den crash macht haben wir den turm schon ist es reicht schon perfekt weil diesmal haben sie keine ich glaube der drag wird schwer ich schaue ich schaue gleich mal auf links wenn die ent ist der momo ist wenn ich mit und dann aber alles gedacht denn so mal ich sie kassiert das ist gut ist gut heilige scheiße ich wollte die tue schule gebrauchen haben gehört auch mal auch mal flächend ist dann ja es wäre so bad anstatt einem hier ja wir schauen wir jetzt machen würde ich sagen schlecht mein wort und spektakel machen namen anschauen auf die fern ja und schaue ich schaue ich schaue ich glaube du gehst base und ganz einfach zum drängen wir verhalten die beim drängen wenn wir können weil wenn die jetzt dann wäre es beim berg glaube ich glaube die rennen da auch gerade hin werden enge eventuell oder was macht der johann in der höhe das gemacht eine old ist 18 wir haben den dragon mit der top klären gehen danach oder contest die noch näher oder sie nicht so wir haben wahrscheinlich kann das versuchen ich kann mit in die fläche benutzt wird den dp von tristan denken sie oder ja genau mein tp ich muss das wesen stecken ich bin dann gesunde die sehen mich ist okay wenn die nur ein turm jetzt damit kriegen ich bin es auch da wenn nur ein tumpfen und rein vorbeiratet und ganz der braunblock weil wieder alles das trotzdem ok wenn der fall passiert erst mal oder nicht der gäste braun ist der fickt mich echt zu hart mit seinem schild eingestuft ist mein counter und ich kann nicht verloren das ist ja wir können ich kann ich auch nicht sagen ich halte ich halte länger aus als der ein von kleines idee aber wieso ist jenig die auf jenks gegangen sofort weil ich dann geplatzt wäre die idee dabei geht von mir geht es gar nicht dass wir alle darauf bleiben so er hat gefragt ich wäre geplatzt wäre absolut useless gewesen wir haben noch die dragon wenn man auf jeden fall ich habe den so jungen und der johann ist wieder mit nirgendwo kann hier wieder sagen runde 21 was zuerst der komo ja dann holt ich darauf ich sollte die waves noch nehmen ich habe noch so viel wie möglich genommen wir haben keine wave das heißt die können botlein nicht pushen dann hast du scheißdarmbein dann hast du scheißdarmbein ne da hast du was mitgebracht wave clean mit shen ist so wie straßensäuber mit zahnsteuern da kommt man voran aber du schaffst das nächste welt vor ein bisschen müsst ihr gleich da sein also für den in evita türen die drei tauschen also müssen wir gleich kommen ich komme ich komme da ja das kann ich da irgendwie auch die jinx kommen wieder er hat man sich vielleicht beim play dass ich auch max sollte und maximale auf die jinx drauf läuft da können die schläge menschen wenn du wenn du formt ist und danach sofort w drückt dann ja also wenn ich quasi die städte die hits von baum nicht ausgelöst werden können dann ist geil wir wollen probieren sonst wie ich glaube ich schaue mal wieder dann ihr baum dann jetzt bist du bereit kogo es war echt schön safe das kräftet war wirklich wirklich gut geil geil drängen 50 ist wichtig ich habe augen auch als augen noch drängen wir können wahrscheinlich ja ja ich stehe 30 sekunden ist manchmal auch wichtiger ist der bärin in dem gm und seele hilft uns mehr als bärin wir brauchen älter aber wir müssen direkt den staaten wenn das band ich habe gerade das ist eigentlich bei einem da oder ich glaube ich bin schon kontesten ja kann gut sein aber wir sollten trotzdem für den spiel ist unser bestem von der mir wichtig ist wenn die ich glaube es wichtig ist wenn die von die contesten sollten dass wir dann immer schön nach hinten kann ich versuche werden können ja aber ich glaube es ist okay aber drag abgeben und weiter fahren in der base und wollen aber noch mal so nicht los muss hier diesen aus blick ja ich gebe ganz versuchen mal zu ich hoffe ich schaue mal hier rein so nahmliches gehen von denen hier glaube ich ist wichtig jetzt habe ich gerade nicht einmal ignoriert und erst weitermachen können ich kenne den hier noch mal ok starten neuen medizin top das machen die erste blitz gerade ob es art und wir sind nur zu zweit ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe keine menschen entscheidende sterbe ich die hände Ich hab's dann irgendwie an Jinx kommen, ja. Ah, misset. Ich hab's noch getrollt, 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 getrollt. Was besser was du jetzt machst, ist, dass die Minions da oben nehmen. Ah, Scheiße. Ich wollte ne Auto-Tag machen. Ey, GG's. Scheiße. Warte, 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 ja, dann... Ja, ist gleich vorbei, oder? Hättest mal gehealt. Echt? Also, vorbei, ja. Nee, 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 ist nicht vorbei. Wir spielen jetzt halt Loser-Bracket, theoretisch. Jetzt geht's um... Wir können nicht mehr Erster werden, oder? Wir können nicht mehr Erster werden, nee. Ja, gut, GG. Dann ist GG, gleich vorbei. Aber, es gibt morgen noch ne Runde Clash übrigens, ne? Der hat morgen noch ne Chance. Gibt's das auch für Silber-Spieler? Naja, aber dann müsstet ihr halt mit anderen Silber-Accounts... Nee, stimmt gar nicht, sondern Max-Account ist scheiße, weil Max-Account ne High-MMR-Inflexio hat. Max selbst ist ja auch schon Tier-One. Ich glaub, Max ist ja das Problem. Max ist das Problem. Schere. 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 Aber war krass game, fand ich. Ja, cool. Hat Spaß gemacht schon. Ja. Ja, safe. Ey. Damn. Bro, warum hast du das mit Clash vorgeschlagen? Warum nicht Topf der Gear? Was? Ja.